Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Episode 50 der Skyrim Mod Series. Ich nenne es jetzt Sirius und ich habe einige coole Neuigkeiten. Allerdings lasst uns erstmal mit der ersten Mod hier beginnen, welche sich Behemoth the Feathered Dragon nennt, also der gefielerte Drache. Im Prinzip wurde das Drachenmodell hier komplett neu gemacht. Die Texturen haben eine Auflösung von 2048x2048 und der Drache selbst ist etwas größer als die Drachen in Skyrim. Behemoth ersetzt dann Odawing, den Drachen, den man in der Hauptstory von Skyrim finden kann. Ich hoffe, ich habe das nicht gespoilert. Da gibt es diesen Shout Call to Dragon, nicht Drache rufen in Deutsch, mit dem man ihn dann auch herbeirufen kann. In der Download-Sektion gibt es noch eine alternative downloadbare Datei für BMOF ohne Federn. Das hier ist eher ein Tool als eine Mod-ENB Customizer. Hiermit könnt ihr ENBs, die ihr installiert habt, für euer Skyrim anpassen. Und das geht auch in-game, sofort. Ihr könnt Skyrim im Fenstermodus laufen lassen und dann tappt ihr raus zum ENB Customizer, ändert irgendwas, geht wieder zurück ins Game selbst. Dann drückt ihr Backspace und damit könnt ihr das so gesagt Refreshen, neu laden, auf die Schnelle. Also es geht dann schneller als normalerweise. Und dann seht ihr die Änderung sofort, während ihr im Spiel seid. Was natürlich super ist, wenn ihr ein ENB habt, das euch super gefällt und das ihr nur noch ein bisschen anpassen wollt. Also im Prinzip super praktisch und das ist auf jeden Fall ein Tool, das ich mir behalten werde. Faster Get Up Stand Up macht eigentlich nur eine Sache und zwar die Animation zu verschnellern, die abgespielt wird, wenn ihr aufsteht. Das heißt, wenn ihr zu Boden fallt und aufsteht, wird die Animation einfach schneller als gewöhnlich abgespielt. Warum braucht man sowas? Vielleicht ist es einem noch nicht aufgefallen, aber die Aufstehanimation, die normale in Skyrim, ist wirklich sehr, sehr langsam. Mich persönlich hat das schon früher gestört und auch bei Gegnern sieht man das, dass die wirklich sowas von langsam aufstehen. Also das ist etwas, was ich persönlich benutze für meine eigene Standard-Basis-Kollektion von Skyrim Mod. Manchmal ist es nur ein kleines Detail, das man ändern muss, um ein Spiel noch flüssiger spielbar zu machen und genau das ist hier passiert. Ich bin jetzt mal so gemein und benutze Pin-Up-Poser, um eure Aufmerksamkeit auch weiter zu haben. Und zwar nächste Woche bekomme ich einen neuen Computer und das wird einfach saugeil sein. Denn dann werde ich imstande sein, Skyrim so richtig auszureizen. Das heißt, ich kann alle die Texturen-Mods installieren, die ENBs und ich werde das Ganze flüssig spielen können und auch flüssig aufnehmen können. Das wird wirklich saugeil werden. Ich bin sehr gespannt drauf und ich hoffe, dass ich euch dann auch ein paar saugeile Szenen liefern kann. Und auf jeden Fall werde ich dann auch das ENB, den Vergleich machen zwischen den verschiedenen ENBs. Ja, dann wird es alles möglich sein, auch durch eine Stadt zu laufen, ohne damit alles hängt und so. Also dann, danke fürs Zuschauen, liken, abonnieren, kommentieren und ich sehe euch in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen nochmal, tschüss. Danke fürs Zuschauen.